ja egal so manche typen reißen das maul zu weit oh halt ich weiß schon nicht so schmuck nie dem sowieso für die stimmen kleiner elex trank da können welche herstellen Starker Elex Trank, Lärmpunkte plus 1, Elex Trank, Attributspunkte plus 2, kleiner Elex Trank, Erfahrung plus 100. Mir glaube ich gerade sogar wichtiger, weil wir Level brauchen. Mir fehlt Schnaps für den Elixier der Ausdauer, Goldraune hätte ich noch einen. Das wäre auch nicht übel. Aber wir können sogar Heitränke hefteln, nice. Aber nur einen, toll, wir brauchen Wein. Wo kriegen wir hier in der Klerikerstadt Wein her? Oh, Rostmeister. Ah, geht doch. Vielleicht nicht. Hast du Wein im Angebot? Ich glaube ja nicht, oder? Mit Bier und Wasserflaschen, Halt, Maratrank, Maratrank, Elex Trank. Da kostet mich 50, das wäre es doch fast wert. Wir können auch ein bisschen Metallschot verkaufen, so wie ich das sehe. Aber Wein sieht es übel aus. Aber Wein sieht es übel aus. Schade. Verkaufen wir mal 56. 7,10. Elektro-Stadt können wir auch ein bisschen was verkaufen. Dann machen wir noch einen mehr. So. Ich weiß, wo ich Wein herkriege. Martha. Martha hat garantiert Wein. Martha heult, nicht Martha weint. Was? Ich laufe heute noch immer in der Akolytenrüstung rum. Das ist mir hier auch... Minimal frustriert. Ähm... Ist das wirklich schon Stufe 25? Nee, oder? Das Ding ist halt, wenn wir jetzt die... Die... Ähm... Die Legatenausrüstung kaufen, wenn wir... Dann noch ein paar Level brauchen. Ist ja die Frage, was das nicht Sinn macht. Zeig mir deine Wahl. Natürlich. Ähm... Ich wusste, ob ich jetzt fast 113 Wein. Das will brauchen wir nicht. Warte noch nicht, aber... 14 sind es tun. Ähm... Ähm... Die Sache stinkt doch. Martha hat eigenes Wein grieb. Ist okay. Nehme ich gerne. Brauche ich sowieso. Äh... Das heißt... Wir gehen jetzt... Wieder zur... Werkbank. Schmeißen da alles in einen Topf. Lassen es langsam köcheln. Ähm... Dann suchen wir uns noch ein Bettchen. Ähm... Ich denke mir meinen Teil. Erstmal was trinken. Ich hätte mir auch Schnaps kaufen können. Ich vollidiot. Ähm... Wenn ich schon dabei war. Naja. Egal. Damit haben wir wieder ein paar Heiltränke. Äh... Die werden wir gleich erstmal zurechtlegen. Y... Ach... Ups... Ups... Nein... So... Die Elex-Träger kippen auch direkt rein. So. Das Vieh gestern hätten wir fast den Arsch aufgerissen. Ähm... Bett. Wollen wir auch schon genau. Hier hat die ganze Stadt schon abgesucht. Komm schon. Ähm... Na klar doch. Moin. Die Sache ist mir zu heiß. Zeig mir deine Ware. Okay. Was hast du im Angebot? Hier habe ich auch eine Goldraune verkauft. Die hätte ich gerne wieder. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade. Nahkampfaffen wäre nicht schlecht. Ich weiß, dass ich damit wieder Geld rausgedonnert habe. Aber wir brauchen noch vier Level. Und... Äh... Ich werde mich dann ein bisschen drüber halten. Woll mal. Krieg der letzte Arm? Lernen. Bring mir... ALLE! Nee, Brol. Auf 85 Stärke. Okay, dass ich mich auf Level Wettbein mache. Geil. Äh... Hatte ich noch drei Schläge. Hm. Ich weiß aber, wo wir noch was lernen. Und zwar gibt es noch einen Punkt, wo wir noch ein paar... Noch ein paar... Äh... Hi, im Bett. Wo wir noch ein paar Punkte rausholen können. Und zwar können wir bei Eva, unserem Persönlichkeitslehrer... Können wir... Ähm... Lernen... Zweimal noch Skill-Punkte zu kriegen. Und ich würde einmal gerade echt gerne in Anspruch nehmen, damit ich das andere Schwert nutzen kann. Wo war Eva noch gleich? Da unten ist die Essensbude. Das heißt, Eva müsste... Hier rüber, dann rechts. Ist ja gut, dass ich mit dem ganzen Saustadt hier auskenne. Ja, genau. Bringen wir etwas bei. Gut. Fehlt man Gerissenheit und Intelligenz. Toll. Falscher Händler gibt mir den Rabatt. Das würde ich langsam auch in Anspruch nehmen wollen, ja. Das würde ich mir vielleicht vorher holen sollen. Ähm... Gut, dann haben wir, glaube ich, alles, was wir brauchen. Ähm... Ganz deiner Mayunkai, ja. Was bist du da vorne eigentlich? Ein Moloch von Roros. Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Todes-Counter wird jetzt wahrscheinlich die 300 treffen. Ich bin da. Das lief gar nicht so schlecht. Ich überlege gerade, wie ich denn vorher noch mir anschießen könnte. Ich bin da. Ich glaube, mit den 300 bin ich gar nicht so weit weg. Ich habe es heute reichen. Ich habe es heute reichen. Keine 300 Aber hier 250 Alter wieviel Schaden das Schwert jetzt macht Das ist eine Stufe 2 von 3 Hier gibt es nicht mehr als der Metallschart anscheinend Was zum Das war auch eine von diesen Sky Infinite Sky Dingern Wieso sieht das da oben so nach Insektennestern aus Nach übergroßen Infinite Sky hieß das Ding genau Oh Ja Oh 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 Schwefel, Metall.